Hallo, ich bin's wieder, eure Sophie und heute stehen wir vor dem DOCS Indospielplatz, aber da steht vielleicht 3D, Minigolf, aber es ist das DOCS Indospielplatz von Berlin. Ja, richtig und ich verlinke euch den Link unten und wisst ihr was, wir stehen hier ja draußen nicht drin und die Schuhe muss man ja ausziehen, die Schuhe muss man ausziehen, weil das ist so ein Indospielplatz, wo man eben rumtoben kann, dafür muss man ja die Schuhe ausziehen und und dann müssen wir eben rein und dann die Schuhe aus. Bye! Vielleicht hört ihr schon den Hintergrund, es ist schon sehr laut, also macht euch... Also, holt euch Popcorn und bisschen was zu trinken, es wird sehr spannend. So, jetzt habe ich meine Socken an, das könnt ihr hier sehen. Einfach Stoppersocken, nur von Jump House. Ihr wisst ja, wir waren im Jump House und deswegen habe ich einfach die genommen, weil die stopperig sind. Und dann gehen wir mal rein und gucken uns das alles mal an. Kommt! Okay, es sieht schon sehr cool aus, schau mal die Warnstaben. Kai ist schon sehr Laura. Ze håll aber noch gerne mit mit bei einem Schuhe Was man so passiert, echt... Okay Sophie, dann zeigen wir mal, was hier so alles ist, oder? Na dann, wollen wir mal hier anfangen? Warte mal, ich film die Uhr. Hallo, was ich vergessen habe euch zu sagen, wenn man reingeht, dann kriegt man so viele Armbänder, wenn man reinkommt, und wir haben natürlich schon die Zeit, und dann lass uns das Flattern. Oh nein, wir sind hier im Saal. Hier geht es nicht weiter. Oh oh, wir sind hier vorne. Unser Ziel ist es, zu diesem großen Rundschuh zu kommen. Komm mit! Untertitelung des ZDF, 2020 Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood But then I cut myself off from the rest of the room I know that time can heal it all if you're patient and soon It can all be worth it, all the searching Pain is never really permanent, but damn it hurts man I can feel all of the turbulence and it's concerning I've been searching for a purpose, I hope it's worth it This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy, I need some silence Please you're all too loud, you don't speak quietly, opinions violently Thrown across every surface, it makes me nervous It's the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds and put the work in, we got some work man Hydrosis, where are we going? Whatever make a turn and plan subscribe I'll take you now and find a place with a view I'll take you now and find a place with a view That's what I forget, there are equipments Those can focus on administrations Und... Jetzt habe ich hier, warte, 1 Euro. Und das kommt hier rein. Und dann fährt das auch. Ja? Komm, wir machen es zu zweit, damit wir zu zweit das Fahrwerk haben. 1, 2, 3! Oh! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020